Hallo Freunde, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute mal wieder ein neuer Vlog und zwar mit meinem Bruder Malek. Ich fahre gleich zu ihm. Ich bin jetzt von der Schule gekommen, wir haben 15.08 Uhr. Ich mache jetzt mich gleich, ich muss duschen, Sachen packen, dies, das. Wir gehen ins Outlet, ein bisschen rum, ein bisschen einkaufen, dies, das. Ein bisschen mal neuen Münster Outlet abchecken und dann sehen wir uns gleich, wenn es los geht. Ich muss kurz duschen, dies, das wir heute machen. Bis gleich. Ich bin jetzt angekommen, neue Kagehose. Ich finde die fresh, ich sage euch ehrlich. Einmal die in weiß, ich habe noch andere in grau, aber ich glaube, ich finde die sehr nice, bro. Sieht gut, ja? Das kommt aber echt böse, ich sage mal nur Outlet. Das passt gut, das passt gut, ja. Die ist auch echt nice. So, ich bin jetzt, haben mich auf den Weg gemacht. Ich war eigentlich nur noch auf dem Bus. Outlet passt, aber, Bruder, es ist geisteskrankwendig. Oh, mein Haar, ein bisschen kackt, aber egal. Es ist geisteskrankwendig, Bruder. Aus dem Nichts, oh, mein Bus kommt schon. Jalla, ich muss mich ein. Jalla, jalla. So, Freunde, wir sind jetzt endlich angekommen an Neumanns Outlet. Seine Mutter hat uns eben noch gefahren. So, wir gehen jetzt ein bisschen rum, haben noch ein bisschen weniger als eine Stunde, 90.10 Uhr oder so. Jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen, ein bisschen die Läden abchecken. Dann machen wir noch ein bisschen mehr, vielleicht schon länger oder so, 5.10 Uhr. Ja, das ist gut. Ich denke, das war nexz. So, abchecken. Das ist gut, das ist gut. So, frische Schuhe gefunden an sich, bockt das. Aber, die haben alle nur 41 und so. Nichts in 43, 44, 45, gar nichts. Hab ich den anprobiert. Ich dachte, es sind aus grauen Kragehosen vielleicht, aber... Ja, irgendwie bin ich nicht 100% damit. Irgendwie, ich weiß nicht, vom Fit her. Ich dachte auf Nike Techpiece angelehnt, aber es ist nicht so 100% meint. Irgendwie, egal. Weiter geht's. Bruder, zeig einmal hier im Spiegel da. Bring ich mal dahin. Ich glaube, wir wollen uns hier. Hören wir den an uns? Wir haben 15% bekommen. Ja. Sie meinten, wir bekommen 15% bekommen wir, weil wir mitgliedschaftlich fest machen wir so gratis. Einfach an mein Account und dann 15%. Dann zahlen wir 60 Euro. Ist viel, aber ist gut. Der boppt von Hugo, Bruder, der ist gut. Ich denke ehrlich. Der fettet auch schon so gut. Schon böse, ja. Die Kronik ist ein bisschen komisch, aber sonst. Komm und boah, Maschallah. Danke schön. Bitte schön, viel Freude damit. Danke, gleiche und tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Let's go, let's go, let's go. Jetzt können wir essen gehen, fett. Wir haben einen Hugo, um uns das Ding jetzt geholt für 63 Euro. So einen geilen... Bruder, das ist einfach ein Nike Techpiece nur von Hugo. Bisschen anders, aber für 63 Euro, Bruder, anstatt 100, ja? Ja. Ist echt ehrlich, Bruder, jetzt gehen wir auf 5 Gäste, oder was? Bruder, ihr müsst wissen, ich hab heute nichts gegessen bis jetzt, ja? Ich hatte Schule, Schluss, geduscht, bin los, anderthalb Stunden gefahren. Jetzt sind wir hier halt, und jetzt, Bruder, gleich das erste Mal richtig essen heute. Freifreist, Bruder, ich werde essen wie ein Tier. Bruder. Wir werden so ein Stück, zwei Cheeseburger bestellt, einmal schön mittleren Pommes, zwei Milchshakes, Bruder, und ein schönes Getränk, der immer für ein, ja, Bruder. Bruder, wir haben jetzt hier alles geholt, das war noch auf Essen, aber, Bruder, lass mich eine Sache sagen, bevor man das vergisst, Bruder, Alhamdulillah erstmal. Aber, zwei Leute, Bruder, bei Five Guys bezahlen, aber man sieht's immer, ja, doch, 4,40 Euro. Bruder. Man denkt doch ernst, wirst du rum, ne? Also, ich sag, Five Guys ist gut, aber, Reis ist halt krank. Und wir haben nur eine Pommes bestellt, eine mit drin, das ist krank, Bruder, das ist krank. Egal, man muss sich auch gönnen. Bruder, wir sagen nur, was ihr wollt, aber das ist verschimmelt. Das ist doch verschimmelt, Bruder, das ist kein Salz, das ist wahrscheinlich nicht. Hier, na, was ist denn mit Bruder, tot, was ist denn halt? Bruder, es ist so kalt, wir haben Geisel, Bruder, was ist hier los, Sturmböhr oder so? Bruder, wir sind hier hinten einfach. Bruder, wir sind hier in so einem Dings, die einfach auf Automaten sind, Bruder, wir sind einfach hier in die Ecke gegangen. Moin. Moin. Bruder, oh, es ist kalt und so windig, geil ist es krank. Bruder, unsere Cola, die steht da eben so. Bruder, kommt Wind. Scheiße, die Cola. Die Cola ist auf uns geflogen, von hinten komplett, ich hab grad noch aufgefüllt. Komplett ist auf uns geflogen, Bruder. Ja. Mö. Boah, ich muss auch so pissen. So, vorher noch was auf dem Rückweg. Ähm, ja. Das war der Vlog. Das war schon, ob wir Spaß gehabt haben. Und dann, was soll dein letztes Wort zu sagen? Was denn? Grüße gehen raus, Digga. Also, das war Pro, ich grüß dann jetzt. Okay, dann machen wir uns. Okay, das ist gleich da. Da haben wir uns Bescheid. Und dann, wir sehen uns. Am Sonntag, Sonntag, Stadion Rockers V gegen Bielefeld. Gute ab, so ein paar Mal. Nein, das ist schon so. Hey, guter Fist. Okay. Ja. Wir haben alles, aber wir haben schon den void. Wir haben schon den runter. Untertitelung. BR 2018